Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Underworld. Ich weiß, dass es so schnell her ist, als ich das letzte Mal ein Video hochgestellt hab, aber... Es ist jetzt auch egal, ich mach ja jetzt weiter. Ich bin jetzt immer noch ein bisschen heißer und vielleicht hustig, ab und zu mal. Aber... Ich hoffe, es stört euch nicht. Aber komischerweise ist über Nacht der ganze Husten weggegangen. Ich bin nur noch zwischendurch ein bisschen heißer, aber... Im Moment geht's noch. Ich mach jetzt einfach mal weiter. Ich glaub, der Spielstand hat uns an einem anderen Platz zurückgesetzt. Ich bin mir grad nicht sicher, aber... Es ist jetzt ja auch egal. Warte, was für ne Waffe hab ich? Aha. Ich hoffe, das ist nicht wieder so... Ich muss grad die Steuerung überlegen. Irgendwie hab ich's grad wieder vergessen. Hä, was macht der denn nichts? Der steht da nur so... Verkrüppelt da. Dum 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 dum. Ah, ich will den hauen. Okay. Das sah nicht elegant aus. So. Da. Dieses Medipack nehmen wir noch. Mit... Sicherheitshalber. Ahem. Ich kann heute den Ton nicht so arg laut stellen vom Spiel, weil... Ja, sag ich euch nicht warum, aber ich kann's jetzt halt nicht machen. Deswegen hoffe ich, dass keine Sequenz oder so kommt, weil sonst hört man's wahrscheinlich nicht. Ich bin mir grad nicht mehr sicher, wo ich hin muss. Da die Treppe runter oder da hoch? Ne, da runter. Scheint so... Ein netter Speicherpunkt. Warte mal, kann's die Rolle machen? Oh Gott. Irgendwie hab ich... Es ist grad mal ne Woche her, als ich's letztes Mal gespielt hab, aber irgendwie kommt's mir schon ne Ewigkeit vor. Dum 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 dum. Ach Gott. Hilfe. Uah, das sind ja viel zu viele. Das sind mehr, als ich gedacht hab. Achte meine Güte, ich hab gedacht, das wären höchstens zwei. Das sind ja vier, die da auf mich schießen. Ach, mein Gott. Ah, was macht sie da? Sie ist umgekippt. Das kannst du dir doch nicht gefallen lassen. Oh, toll. Und dann steht da hinten noch jemand in der Deckung. Jetzt, warum geht sie nicht nach hinten? Ich verliere gleich die Fassung. Ach, falsche Taste. Ich drück immer auf E. Und dann drück ich falsch. Und immer, wenn ich dann nicht auf... Und wenn ich dann doch auf E klicken will, drück ich auf das andere. Ach, ich bleib jetzt einfach stehen. Ach Gott, das war ja mal voll daneben. Warte mal. Ach nee, seh ich so nicht. Uuh, ich hab kein Medipack mehr. Ich hab alles aufgebraucht. Ich nehm jetzt aber lieber die Pistolen, weil... Mit denen kann ich einfach besser umgehen. Äh, Hilfe. Oh, bei mir hing das grad so. So, jetzt kommt da gleich was. Na, ich hab... Hat jemand von euch ne Ahnung, wie man nochmal diesen Adrenalinstoß, was der überhaupt nochmal bringt? Und auf welcher Taste man den benutzt? Hab's jetzt grad nämlich irgendwie nicht kapiert. Auf irgendeiner Taste muss es doch. Oh, oh Gott, wie die mich angreifen wieder. Oh, voll die Medi-Cat-Verspende. Ah, ich wirklich... Das war doch... Naja. Hau einfach drauf. Hau schnell, schnell. Warum macht sie nix? Ah. Hau nochmal. Ah, warum... Trifft sie nicht? Ach. Ah, der lebt ja immer noch. So ist es doch am leichtesten. Ah. Blöd. Oh, Orientierung verloren. So. Oh Gott, das war total bestell. Jetzt hab ich kein Medi-Pack mehr. Bin gleich futsch. Eh. Ich glaub's nicht. Oh, Entschuldigung. Habt ihr grad... Das hat grad so gequietscht. Nein. Das war unsinnig. Hilfe. Jetzt bin ich wieder etwas heißer. Aber wahrscheinlich hört man's nicht so arg. Oh, jetzt kommt doch was. Okay. Hey, warum... Okay, jetzt geht's wieder mit der Stimme. Ich möchte jetzt kurz mal gucken, weil... Irgendwie ist der Sprach-Sound so leise, aber dafür die Musik mega laut. Hä? Ist doch Option Fadenkreuz, Hilfhopper, Trainingstext, Gamepad, Wachsenspiegelung heraus. Ne, da war's nicht. Da, Audio und Grafik. Toll. Lautstärke. Äh. Musik-Lautstärke im Spiel. Manchmal finde ich mir etwas runter, weil irgendwie... Hä? Warum geht das nicht runter? Hallo? Hallo? Was? Das muss man so machen mit der Maus. Okay. Ähm. Zwischen-Sequenz-Lautstärke ist eigentlich... Okay, ich bin jetzt nicht erfahren in solchen Sachen. Aber was heißt SFX? Das hier. Was heißt SFX? Okay, ich weiß es nicht. Ich hab grad überlegt, deswegen war's grad so ruhig. Äh. Lautstärke im Spiel mach ich doch weg. Ne, ich möcht's aber auch nicht so runter machen. So. Eingabe wählen. Also. Ähm. Sprachendeutsch, ja. Ja. Das stimmt so alles. Oh, das ist immer noch verdammt laut. Das hat irgendwie nix gebracht. Egal. In-Game-Sound ist jetzt auch nicht so aufregend. Ich... Freue mich schon, wenn wir zu dem Level von Thailand kommen, weil... Ich finde Thailand irgendwie voll das schöne Level im Dschungel mit dem vielen grünen Zeugs. Bei dem ganzen... Gedöns. Ähm. Das sagt unsere Lehrerin immer. Unsere Lehrerin muss immer Gedöns sagen. Falsch. War ja klar. Ne, aber... Ich finde das Thailand-Level, wenn ich so lange jetzt mal drüber nachdenke, ist, glaube ich, Thailand mein Lieblings-Level. Und dafür hasse ich Mexiko. Ach. Ne. Mist, das würde das Artefakt nicht... Wir laufen voll Wasser. Wir laufen voll Wasser. Verdammt. Wir reden später weiter. Wirklich schön, dich wiederzusehen, Lara. Die Unterhaltungsmöglichkeiten in diesem Probeglas sind begrenzt. Meine größte Erheiterung ist es, Amanda zu beobachten, wie sie dir nachjagt. Ja, ich bin Nadler. Sie wollen wohl ewig leben. Das musst gerade du sagen. Sie haben Amanda von Avalon erzählt. Was ist das? Okay. Was ist das? Warum ist immer so hart? Mein Vater hat nach Avalon gegraben, aber nur Mittelheim gefunden. Wie ist es dazu gekommen? Ah, Richard hat die falsche nordische Unterwelt gefunden. Deine Mutter ist nicht in Niffelheim. Sie ist in Helheim. Wo ist das? Das werde ich dir sagen. Irgendwann. Aber wenn es so weit ist, brauchst du Thor's Hammer, um hineinzukommen. Vielleicht hast du ja mehr Glück auf der Suche als deinen Vater. Was wollen sie damit sagen? Deine Antwort liegt an der Westküste Thailand. Zieh sie dabei. Oh, ich weiß nicht, aber irgendwie nervt mich dieser laute Sound. Irgendwie sind die Stimmen voll leise und die Schneckrundmelodie, die tut mir dermaßen in den Ohren weh. Und ich weiß nicht, warum das gerade so gehakt hat. Aber ich sehe gerade, dass wir schon fertig müssen. Oh, dann kommt mein Thailand-Devil. Darauf freue ich mich schon. Aber ich werde heute nur einen Part aufnehmen. Weil ich... Äh, oder soll ich da noch einen aufnehmen? Hm. Gute Überlegung. Ich überlege gerade, ob ich jetzt noch einen aufnehmen soll. Ich könnte noch aufnehmen, bis nach Thailand. Naja, also. Dann auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Let's play Tomb Raider Underworld. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Nein. Was? Ich hab wieder die falsche Taste gedrückt, oder? Ja.